Denke, wenke! Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab... Ich hab Style und das Geld! Heute ist der letzte Tag in Thailand. Und hiermit halte ich den fest. Es wird noch schnell 10. Geburt. Danach geht's ab an den Strand. Letzter Tag in Thailand, was sagst du? Ich bin traurig. Ich auch. Aber ich genieße den letzten Tag. Gib mir Feier zu essen, wir zwei nur. Malst du's erst? Nein, ich jetzt. Wann müssen wir aufstehen? Vier Morgen oder halb vorn. Kannst du das 100, 100, 100 machen? Und kannst du das 50, 50, 50, 50? War der Kurs gut, Bro? Ja, 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 ist gut. Perfekt, vielen Dank. Wer hat Passport? Ich hab nicht. Zu spät schon. Ich weiß schon, jetzt frag sie nach Passport. Sie holt gerade rum wegen dem da, ne? Du kannst das in Tesa machen, ist gut. Original, original aus Deutschland. Also, falls ihr mal in Thailand sein solltet, gebt den Hunden nichts zu essen. Schau mal, da ist sogar eine Wurst hier auf dem Boden. Die brauchen eher was zu trinken. Was wollte ich euch sagen? Heute ist der letzte Tag und ich will einfach nur noch relaxen mit meiner Mucke. Ich ziehe jetzt ein Bier noch rein. Das ist übrigens so das Nationalbier hier mit schönem Elefanten drauf. Schau mal. Das ist der Eingang zum Himmel. So wie wenn so ein Tor sich öffnet. Ja, ja. Das ist gerade wie ein Bilderbuch. Beende das Video mit drei Worten. Danke für alles. Wow. Dave Streams Kanal abonnieren. Abonniert ihr Kinder. Wenn ihr echt mehr sehen wollt. Und vor allem von dem geilen Typen. Abonnieren. Wollt ihr nicht in Lambo fahren sehen? Ey, der Typ ist real. Das, was er euch liefert, ist real. Und das macht er mit Liebe. Und ihr guckt, ihr guckt, ihr guckt das Video, ihr guckt, amüsiert euch, aber keiner drückt Like. Keiner abonniert. Du musst nicht spenden. Abonnieren. Der Rest regelt sich von alleine. Wollt ihr nicht, dass er so ein Speedboat hat? Das guckt geil. Ah, letzter Tag und es fängt fett an zu regnen. Und wir haben es geschafft, bis auf den letzten Tag, dass es nicht geregnet hat. Was sagst du dazu? Let's rain this motherfucking planet. Das ist der Abschied. Hey, das ist der Abschied, oder? Das ist der Abschied. Scheiße, Digga. Und darauf achseln wir erst mal das Bier. Und hoffentlich geht es meiner Kamera morgen noch gut. Maler Toneido. Boah, fuck, Alter, es regnet hier echt mies, mies, mies. Schau mal, so schnell ist der Strand da auch gleich leer. So, dann heißt es ja erstmal in irgendeinem fremden Hotel sich kurz abwaschen vom Sand. Na, jetzt wahrscheinlich good bye demnächst. Dadurch, schau mal den Blick von hier aus. Schau mal, wie schön gefällt. Jetzt sollte sie doch mal wahr sein. Ja, frage Sie, ja mal. Mein Name ist, ja mal. So, ohne Teil. Danke für das, zum Lurigen geh, die Herrschaft noch souerst. Nur Dank dir, nur Dank dir. Nur Dank. Die Seite dabei geben. Es war wunderschön, aber... Jetzt müssen Sie doch mal! Ich weiß nicht, aber... Der Nachteil mit dem Mittenspray, wie ihr auch macht, ist es Biermikki. Das ist ein Trick für dich. Aber warum passt es gar nicht zum Lied? Nino, falls du das sehen solltest, das ist dein Bier. Und zwar wieder versuchen wir Geld zu wechseln, das Ding ist, die versuchen gerade Geld zu wechseln, aber wir geben denen halt immer einen sehr schlechten Kurs. Schauen wir mal auf die Mimiken. Hey, warum hast du das Bier mitgenommen? Ich mische mich da nicht ein, das ist dein Bier. Einer der letzten Drinks hier in Thailand. Was sagst du dazu? Das ist kein Pickel. Drei Wochen in Thailand. Fazit. Bro, make like yesterday. It's our last day in Thailand, last day. Tomorrow we go back home. Yeah. Yeah. Thank you very much for a link of the Olympics. Back strong, today we go back home. You know. Tomorrow is our last day. Thank you. Film mal den Drink, Junge, film mal, film mal, komm her. Holy shit, I will us töten. Oh, Junge, er hat sich gekillt, Digga. Das ist eine 60-40 Mische. 80-30. Ja, fast die Huni bereit. 90-10. Ja, ja. You like girls? German girls? Not good? Not good? Not good. You like. I'm a blender punch. Auf euch. Wir lieben euch alle. Danke an die Abonnenten, dass ihr täglich spendet. Wegen euch kann ich mir das leisten. Ich danke vom ganzen Herzen. Macht weiter so und wir werden euch Content weiter liefern. Und wer immer noch nicht abonniert hat, ist ein kleiner... Was wollen wir machen? Er hat 700 Follower. Wir brauchen 700.000. Abonnier einfach, man. Ich krieg nur Durchdruck wegen dir, man. Your chain is beautiful. I come also from Germany. Ja, aber das ist echt cool. Nice. Nice. Der Anhänger ist wirklich geil. Was ist die Fake-Fan? Die Bayern-Fan. Wir kommen aus Bayern. Ja. Ich bin hier mit Nino Lee, AK, Ewa, Cousin, Heidi aus Herberstein. U-Le. German aka Gary. Und after all that... Krass. Das ist der letzte Tag. Es war aber auf jeden Fall eine schöne Zeit und... Nach Hause. Heim. Wenn ich euch einen Tipp geben darf, preist nicht mehr als wir Leute. Havang war ein geiles Erlebnis. Nein, shit. Aber ich will nie wieder... Jackson. Wir haben uns jetzt grad so... Tramper-mäßig in ein Pick-Up gesetzt. Und die jargen uns jetzt eine Kohle. Ein 50er-Film noch. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab. Ich hab Style und das Geld. Ich hab gestern einen Hund gesehen. Der war so mit seinen Pfoten an Gaspedalen und so. Ist das so E-Killer? Ihr wollt ein Rohr gehen? Wissen die, so hohes bisschen höher wie ein Killer? Aussehen? Abonnier einfach, man. Ich krieg Bluthochdruck wegen dir, man. Ich hab, ich hab, ich hab.